Entschärfer muss zurückgeholt werden. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Ein eigener Trupp getötet. In der Reich sichern. Die Bomben weiterschönen. Ich nutze Stacheldraht ein. Gerät ist platziert. Es bleiben 10 Sekunden. Der Stacheldraht ist bereit. 5 Sekunden. Das Gerät ist am Platz. Bombe vom Gegner entdeckt. Das Gerät ist in Position. Das Gerät ist in Position. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Das Gerät ist in Position. Das Gerät ist in Position. Das Gerät ist in Position. Ein Gegner verbleibt. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Das Gerät ist in Position. Das Gerät ist in Position. Das Gerät ist in Position. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Letzter verbleibender Gegner. Das Gerät ist in Position. 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 Der wird mit dem woman started. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Gegner haben einen Entschärfer eingesetzt. Er muss zerstört werden. Entschärfer aufgespürt. Sofort zerstören. Der eigene Trupp hat den Entschärfer deaktiviert. Mission im eigenen Trupp ist erfolgreich. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälter. Sie haben ihre Versuche später von der Sicherung des Behälters abhalten. Letzter verbleibender Gegner. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Letzter verbleibender. Untertitelung des ZDF, 2020 Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Sehr schön. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sichern. 10 Sekunden bis zum Einsatz. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Bio-Gefahrgutbehälter sichern. Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgutbehälter ist gesichert. Bio-Gefahrgutbehälter ist gesichert. 3 Sekunden bis zum Einsatz.